Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Elias. Ich stelle mich hier nun vor. Mein Name ist Benito und ich lade auf meinem YouTube-Kanal Tutorials zu Programmen wie After Effects, Photoshop und Camtasia Studio hoch. Außerdem mache ich Speed Arts, indem ich einen Einblick in die Einfachkeit der Foto-Manipulation und Bildbearbeitung gebe. Auf meinem Kanal drehen sich alle Videos einzig und allein um die Zuschauer. Jeder hat die Möglichkeit auf meinem Kanal ohne Anmeldung und komplett kostenlos ein Thema für das nächste Video vorzuschlagen oder mit mir über Fragen und sonstigen Anliegen zu sprechen. Neben meinen genannten Videoprojekten mache ich auch Bike Let's Plays. Die meisten der genannten Ideen kamen durch die starke Zusammenarbeit mit meinen Abonnenten. Denn nicht nur Leute, die Designs oder ähnliches kaufen wollen, treten mit mir in Verbindung, sondern auch Zuschauer, diese bisher schon immer so vertraute Community und die Zusammenarbeit mit ihr, machen meinen Kanal und meine Projekte aus. Wenn auch du ein Teil dieser Community werden willst, abonniere meinen Kanal und bleibe immer auf dem aktuellsten Stand und verpasse kein Video mehr. Der Link dafür und andere Links sind in der Videobeschreibung. Danke fürs Zuschauen!